Der ist auf dem anderen jetzt. Okay. Ich hab keinen Dead Hard, ich muss aufpassen. Nee, sie will mich. Ich hab die S. Komm zur Main. Nice. Mach auf Dwight, mach auf. GG's. Escape Nummer 16. Match Nummer 17. Er ist an mir. An dir. Okay, ich glaub Dwight geht weiter. Ich geh anhucken, ja? Er ist... Wurde schon anhuckt. Er ist ein Baby. Ich mach Shakchan weiter. Ist er an dir? Brauchst du einen Hit? Ach, Jens weiter. Ich mach Jen weiter, ja. Also ich finde den neuen Killer echt spannend. Weil ich Angst vor diesem Killer hab. Aber der Killer ist nicht so super stark. Okay. Er hat ein Miss geswingt. Und er war genau hinter mir. Okay. Und er war genau hinter mir. Nice. Gut abgewartet. Ja, ja. Ja, ja. Wuuuuh. Da macht du das Ex-Geld auf. Ja. Müssen wir warten. War das Stock, den ich da gerade gesehen hab? Er hat no way out. Weg zu zoomen. Maximal no way out. 24 Sekunden maximal. Wann mach das andere Tauten? Alles klar. Jetzt kann ich aufmachen. Leer kommt zu uns in die Richtung. Gehst du retten? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, lass rausgehen, lass rausgehen. Oh, Haunted Grounds. Oh mein Gott. GGs. Escape Nummer 17. Nice. Match Nummer 19. Ah, nörse. Nörse, ja. Sie ist an dir, ne? Ja, ja. Ja, ich muss hier weg. Ich war auch man. Okay. Mira, schön, dass du da warst. Ja, bis bald. Habt noch einen schönen Tag. Ich bin am Jen. Wir haben noch einmal gechased. Ja. Einmal gechased. Ist sie noch an dir dran? Ja. Ist nicht gut. Warte niemals, bis sie ein zweiter Blink zurückkommt. Hat sie gewartet. Ah, sie kommt zu mir. Ich bin home. Nice. Nice. Okay, ich gehe retten. Ah, ich kann noch öffnen gehen. Ja, ich bin in der Nähe. Ich auch. Unhook. Bruh. Oh, er hat versucht zu unhooken. Kein DS. Ah, kannst du ihn da unhooken? Ja, ja, ich kann jetzt farm und er ist tot. Wie weit ist dein Generator? Nicht weit. Okay. Sie war eigentlich bei mir und hat mich wieder verlassen. Jan ist auf 70. Jan ist auf 8. Jan popped. 90. Oh, sie ist an mir. Ich gehe jetzt Richtung Check. Nice. Kannst du das Tor Richtung Check öffnen? Nein. Oh, das ist sogar ein Neben-Check. Ja, ein bisschen zu dangerous. Okay, okay. Ich mache das andere auf. Sie ist im Check. Nice. Ich glaube, sie geht jetzt für Mac. Ja. Exegate 25. Sie hebt jetzt auf. Exegate 50. Ich komme zu dir. Okay, bin da. GG's. Escape Nummer 19. Nice. Okay. Das ist ein Trapper. Okay. Oh. Alright. Der ist hinter mir. Oh, der bekommt definitiv einen Hit. Ne, bekommt er nicht. Recording hat sich kurz ausgesprochen. Okay. Guck mal schön. Hello, wer ist dumm. Ich probiere mal was. Dumme, so. Come the foot here. Das war so dumm. Das waren es ja manchen. Okay. Okay, er hat mich gesehen. Ich habe gesagt, er sieht mich wieder nicht. Er legt eine Trap bei den beiden God Palaten. Gen 50. Nice. Er ist in seine eigene Falle getreten. Nice. Er hat schon hier und da eine Falle gelegt. Da muss er aufpassen. Wie gesagt. Eine Trap bei den beiden God Palaten. Dann zählt er ja jetzt mal einen Gen. Muss verlassen. Nice. Nice. Was? War das sein, Gen? Ne. Ich werde gecheckst. Mein Gen ist in der Mitte oben. Geht weg von mir. Geht weg von mir. Geht weg von Gen gepoppt worden. Ich mache seine Falle weg. Zwei Fallen hat er gelegt. Wird wahrscheinlich zu mir kommen. Ich höre ihn schon. Sehr gut. Na, er ist hinter mir. Gen. Wow. Oh mein Gott. Okay. GG's. Up to devour. Save the best for me. GG's.